Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederbrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Jahrelang ist das Militärmalationen nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Hörnoffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganze Roppa erobert! Verreiter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verreiter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Bitte! Du kannst den Hermann doch nicht umbringen lassen! Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wollte flehen! Aber was bedeutet das schon noch? Es ist ja eh alles vorbei! Denk doch an meine arme Schwester! Sie ist vom Hermann schwanger! Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist ein Verräter! Mit Verrätern gibt es kein Mitleid! Mit Verrätern gibt es keine Bahn! Er wird von Stammgericht gestellt und erschossen! Aber wem nutzt das denn jetzt noch? Es ist mein Wille! Du bist der Führer! Nein, 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 nein! Aber wir werden die Vielen Dank.